Wie macht man einen Casey Rebel Featuring Mario November Song? Schritt Nummer 1. Wir brauchen einen traurigen Beat. Und dann ab ins Studio. Am besten schreibt man einfach einen Text darüber, dass man jemanden vermisst oder jemanden verloren hat oder irgendwie Scheiße gebaut hat. Und das hab ich auch gemacht. Es wird Zeit zu vergessen, wer wir waren. Zeiten ändern sich, denn Gott hat seinen Plan. Mama meint bis heute, ja, du bleibst die Frau an meiner Seite. Hört sich einfach an. Es wird Zeit zu vergessen, wer wir waren. Zeiten ändern sich, denn Gott hat seinen Plan. Schau da weit ins Gesicht. Unsere Liebe war für immer, doch es reichte nicht. Ja, ich würd dich einfliegen. Bereust bis heute, denn ich konnte dir nie viel bieten. Wollt mit dir so viel erleben und dir alles zeigen. Mama meint bis heute, ja, du bleibst die Frau an meiner Seite. Wollte dir nicht schaden, wollte einfach, dass du glücklich bist. Falsch gehandelt, ja, ich weinte wie ein kleines Kind.